Das ist Susi. Susi macht eine Berufsausbildung. Diese erfolgt im dualen System. Hierfür hat sie einen Ausbildungsvertrag mit ihrem Arbeitgeber abgeschlossen. Die duale Ausbildung findet an zwei Lernorten statt, dem Betrieb und der Berufsschule. Diese ergänzen sich gegenseitig durch die Vermittlung von Praxis und Theorie. Ziel der Ausbildung ist die Vermittlung von Handlungskompetenzen. Die Ausbildungsvergütung erfolgt durch den Betrieb. Es bestehen einige gesetzliche Grundlagen für die Ausbildung im dualen System. Auf der betrieblichen Seite haben wir den Ausbildungsvertrag, das Berufsbildungsgesetz und die Ausbildungsordnung. Auf der schulischen Seite bilden die Rahmenlehrpläne sowie diverse Schulgesetze die Basis. In der Schule findet der Unterricht im Block oder ein bis zweimal die Woche statt. Die Ausbildung endet für Susi mit einer erfolgreich abgeschlossenen Abschlussprüfung. Viel Erfolg Susi! Sie hat einen Schl�flug gesetzte. Sie sind gerade eine hohe hohe. Sie haben die Ausbildung im Block oder das ich auch noch mit dem einsatz이에요. Sie haben die Ausbildung im Block oder die Kosteigen Rückseiteite. Sie haben die Ausbildung im Block oder die Ausbildung im Block oder eine